So, hallo meine Lieben und seid recht herzlich willkommen zu einem weiteren 5er Normal Game. Heute wieder dieselben mit dabei wie im Video von gestern. Ich bin heute wieder mal Renga und ja, Zeit zum Rasieren würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja wieder so ein episches Comeback, aber hoffen wir, dass wir die Gänger stompeln können. Hast du dir den Skin gekauft oder geschenkt bekommen? Den Lux Skin. So, der ist nicht im Test. Der ist nicht der. Ach so, das ist der Garen. Ja. Ja, das Skin. Das Skin ist supercool, aber viel zu teuer. Ja, 3200 oder so. Sind 20 Gröten. Oh. Haben wir wenigstens keinen Echo. Oh man. Oh ne, ich gedacht das ist super. Geht der mir direkt schon auf den Sack, Mann, mit seinem spulen Gift. Alter. Ja, voll easy. Ich könnte jetzt eigentlich drauf springen, flaschen und holen. Ist du bereit? Warte, 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 warte. Warte. Geht er näher kommen. Bereit? Mateo. Ich kann nicht mehr laufen, Mann. Ja, Mann. Lauf. Du hast es. Geht's dem. Ja. Alter. Nein. Ich will den Farm noch nehmen. Bade, geier. Hier ist mega viel. Warte, warte, warte. Okay, Kindred hat gerade topside die Grabe gemacht, aber die kommt vermutlich, wenn, dann mitleihen. Oh, ich nehme den Deckel. Ah, gut. Oh, fuck. Wollen wir den Proxy-Farmer-Dude holen? So. Jetzt können wir abhauen. Okay, der hat es hier gerade gewartet, vermutlich. Ich nehme die Knospen. Jetzt spielen wir wenigstens mal richtig. Jetzt habe ich keinen Bock, nochmal so verkackt zu spielen. Auf jeden Fall keine Mana mehr, Mann. Ich fick mir den jetzt außen. Auf jeden Fall ordentlich. Ah, schatze, doch. Wenn man eigentlich besser ist, dann so wie ein Bob spielt. Oh, das ist ja so. Und, eh, wohl. Da habe ich fast noch gefehlt. Was ein Bastard, Mann. Warum macht man so was? Ich bin Sinch, der nervigste Champ auf der Top. Oder mal, Junge? Ich kann da gar nichts machen, Alter. Der ist mega tanky und haut noch Damage rein und läuft voll schnell. Gebt alles. Der ist wie Echo, der nervigste Midlaner oder auch so Toplaner. Du, das sind so krüppelt, Champs, die beiden. Wollt er ruhen? Ah, da drin ist der. Ich habe mich ganz ehrlich schon gefragt, wo der sich versteckt hat. Da bin ich dran gekommen. Die machen wenigstens nicht so einen schwulen Schaden wie Echo. Ab ihn. Nein, 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 nein. Zick die Schlampe. schaffst du die? schade okay du bist markier wir warten jetzt einfach bis Rengar gleich kommt oder so lass nicht das machen weil ab Level 6 können wir die locker weg lass lieber jetzt das nehmen was wir haben jetzt machen wir die selben Fehler wie eben selber haben wir auch eben gemacht könnt ihr vielleicht botlane etwas gegenpushen schwierig gerade schwierig das Ding ist vor Level 6 weil die Pauken einen gut runter ja das glaube ich deswegen kommt man da schlecht raus das Ding ist alles was ich machen kann jetzt Pre-6 ist ein Inlang-Gank er ist unten er ist zufällig sind die an Drake? ne ich glaub schon ey was ich hab den gar nicht gesehen nein wie lustig das ist Alter wie du siehst den gar nicht musst du nur ein Stück um die Ecke laufen jetzt können wir ruhig ein bisschen rausputzen wenn wir willst ja push mal dann komm ich rein wenn die müssen bald auf dem Lane wird es sein nein ich hab getreut ich hab dich nicht ich hab dich nicht ich hab dich nicht ich hab dich nicht gesehen oh man da kommst du nicht gesehen okay äh Garen da gefährlich nein das schwule Gift nein hey Hatschi getroffen ich hab mir direkt nen Kill jetzt ist vorbei ich muss danach auf jeden Fall weg jetzt ah jetzt müssen wir an das Map hauen wir sind okay Kata Achtung da ist Kata 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 komm dir entgegen Alter ich kann hier oben gar nicht farmen nein Kau Acht weg nein 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 komm los oh man oh man aus dem Weg dies weg Mann ich bleibe alle weg halte alles und sind alle wollte ich gerade hier aber du hast noch ein Stück zu weit weg Mann ich hab wieder wie ein Bob alles verbasagt ja Schuhe weiter ich mal was wir was wir das ist so schwach ja also Luste Kai spielt sozusagen gegen gar kein Spieler da oben ist das mit dem jeder farmt nur für sich jeder farmt nur für sich oh 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 Kindrap oh 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 what ist der Ripp ey das hinget ist das Essen oder okay da hat man rappt ich hasse den ja er ist doch komm Gott w news o wo lang geht der wie viel damage macht die da n Was mein ich? Ich bin so ziemlich so voll OP, komm mal bitte Level A weg. Da ist er! Was? Was? Warum schifft ihr dich schon mal? Leider keine Support mehr, jetzt bin ich super behind, fuck. Da wäre... oh man. Oh gleich kommen die Doppel-Ultis. Nur ein bisschen aufpassen, dass der nicht weg springt, wenn wir aufs den machen. Ja man. Oh Ulti über die... mach doch. Kimiward hat mich gekannt. Hast du Ulti? Ne. Ich ne. Ne, ich meinte Robin. Jetzt hab ich Ulti. Ja. Ja, Dings kommt von der anderen Seite. Und noch einer, aber egal, wir haben einen geholt. Wenn du jetzt weg kommst, nein. Ich hab fast... hey. War da mit mehreren. Einer von oben, einer noch von unten. War mit vier Mann da. Ich hab mich gar nicht so gedacht, warum steht die Escher auf einmal bei uns? Hab ich ja. Ich hab auch gedacht, krass alter, was ist das denn? Eine Sekunde hätt ich die im Tower gestunnt, hätt ich die gehabt. Alle vier waren bei uns. Weißt du, damit rechne ich einfach gar nicht. Deswegen reagiert man da so schlecht immer drauf. Mann, auf einmal vier Stück Bananen. Ja. Weißt du, hä, die kommt die noch einmal zu dir? Okay, die haben... ziemlich gut gewardet. Alter, die warden ja alles. Wir haben doch keinen Lee Sin. Wofür machen die Leute? Alter, das Ding geht mir auf die Eier. Ich hab die Kinder versallen. Ja. Ja, der nervigste Jam. Ja, muss der Dingswerk sagen, der hilft dir da um. Ja. Ich werde sechs. Ich mach nur noch kurz das Camp before six Kinder tools. Bob kommt in die Mitte. Was der? Ah, so schwuppel, dass man mit den Schrägen kommen. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich kann noch die Bot-Lane bei dem, glaub ich jetzt. Danke schön. Danke schön. Komm näher, S3, bitte. Komm. Warte, ich hab erst fünf Sekunden. Nein! Boah! Fack noch bekommen. Ja, die müssen eh rauskommen. Hab alles ready. Der Typ spielt öfter, Sinched. Das hat da ein ziemlich liebem Kling vor. Ja. Mal sehen, wo raus ist, mach. Mal sehen, wo raus ist, mach. Mal sehen, wo raus ist, mach. Mal sehen, wo raus. Dann hauen wir die weg. Ja, Mann. Jetzt will ich ja nicht mal zurückschlagen. Uh, wenigstens hab ich mehr fahren als Kinder. Oh, die nimmt sich hier schon wieder das nächste Teil. Ich wollte nur mit dem Unterhauen. Die darf nur dich nicht kriegen mit diesen Schulen pflanzen, weil die machen ja voll den Schaden. Ich vermute Kindred wird zum Mitteln. Da kommt der. Ey, dass der trifft auch noch, Mann. Lauf! Ne, die Ulti von Es wie auch noch. Ey, der geht wieder fahren, deswegen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ah, diese Scheiß-Panzen. Dann kannst du hier runter zu mir einen Pink-Hord stellen, da bin ich mir sicher. Du musst da besser auswischen, ne? Ich komme. Der Bastard, Junge. Verrecken soll er. Komm, Loks. Das sind 3 Kills. Ich komme jetzt. Oh, Kater-Bot. Oh, Kater-Bot. Oh, Kater-Bot. Oh, Kater-Bot. Oh, Kater-Bot. Oh, Kater-Bot. Da bald Ult. Komme gleich. Soll ich die Ult? Soll ich rein ulten? Soll ich rein ulten? Na, ich hab kaum. Komme. Ja. Nee, ich hab die doch. Nein. Nein. WTF? Das gibt's. Was? Das gibt's ja nicht. Ulti. Loks, mach was. Ja. Hat der? Hinter euch. Wir müssen zusammenbleiben. Wir haben hier noch. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. WTF? Ich habe eine halbe Sekunde zu früh gequeue, sonst wären die beide rippt gewesen. Haben die ja wohl zuerst ausgeteilt. Ich war so doof und habe nicht mal an Kindergült gedacht. Ich habe mich das ganze voll abgefuckt. Ich habe gesagt, wir sterben jetzt von uns, die oder wir. Oder das Kopf an Kopf, wenn alle kein Leben. Ja, die haben uns einfach nur runtergehauen, während du runtergehauen und dann haben die auch uns geholt. Wir müssen eigentlich schon bei Katte aufpassen, weil die gefieldet ist. Die kommt, glaube ich, runter. Bist du ready? Die Frage ist, wird der Proxy hingehen? Lass den mal reinpischen. Nimm den! Weg hier, weg hier! Ich glaube, die kommt! Dann einfach durch! Ja, da ist die. Ich habe leider gerade keine Schuld. Gib das dann! Verkackt. Ey! Die Klampe, man, die nervt voll. Gick den! Wo ist der? Nein, der läuft hier rum mit Lowlife! Hier! Achtung! Nicht Jason! Der ist schon über alle Berge. Ja, Mann, der ist auf jeden Fall weg. Der ist locker hier unten irgendwo rumgerannt. Hat voll den nervige Jam, der kann voll trollen. Ist der schon da unten, Alter? Aber guck mal, wie der im Flitzen ist. No way! Fuck you! Das gibt's nicht! Was eine Missgeburt, Alter. Oh fuck. Kinnwet, Kinnwet. Und Kata, ich bin rippt. Oh, Mann! Der Dude zackt einfach nur! What the fuck! Genau in dem Moment, als ich geflasht habe, ist meine Ult abgelaufen. Oh, die Kata 7-1! Von wo? Von dort? Nice! Ja, okay. Der Geruch der Bord. Ha, ha, ha! Hau rein! Man! Das game sackt da einfach nur! Ich bin Rengar main, ich darf nicht 1-4 stehen. Meins was ich mir eben mit Leonard gedacht habe. Ja, man. Jetzt weißt du wie ich mich gefühlt habe, ich hab dann ein 7! werden aber ich habe das so zurückgerollt ich war erst ein Sinch beteiligt von den Kills denen ich brauche ich müsste eigentlich auf Ezreal den Fokus legen oh fuck, hallo auf! Ezreal ist ja auch oh ok, der hat sich ich komme auf, ich bin ein Drecks lauf! ja man, lauf, 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 lauf holt euch die komm! nein! Bombswerk! Nein! was? pass auf! ich glaube, er kann dir erst in 7 Sekunden mit meiner Ulti helfen komm, komm! nein! no! pass auf! oh! ich bin tot ich gebe sowieso kein Geld von da her ich bin tot ich bin tot Wer hat es mir weine Kinder will sich das Kind hier holen Berg Berg doch war das mit mir? er glaub nicht dass du im Test bist klar bin ich im Test äh, guck doch mal hier hinten da Guck doch! Guck doch! Ja? Er sagt ja. Der einzig war er. Ne, 5 war er so. Ich, Robin, Kai, Zwerg und den Fabian. Denk mal bestimmt mit Fabian gleich weg. Bis hier kann ich springen. Besser, also. Da ist der Wurm so wieder, Mann. Oh, wäre der ein Stück näher gekommen. Nein! Juhu! Das oben wegmachen. Mal, oben, den Pisser um. Ja. Oh, Mann, ich bin super low, da riech mich drücken. Wenn eine Rettungstruppe kommt. Dadada, dadada. Nur Garem. Guck mal, wie schnell der ist! Da kannst du nichts machen. Nicht schnell genug. Nicht schnell genug, Mann. Ah, jetzt haben die Bot lane. Egal. Dafür haben wir mit lane, Mann. Ja, okay, haben die doch nicht. Die haben aber einen Drake. Ja, aber das sind beide Drakes gewesen. Kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Oh, Master Garen, ich komme. Oh, Kindred ist hier im Jungle. Er will den Fluch. Nein, du denkst ja, der Luchs. Du denkst ja, der Luchs. Ah, der Luchs. Er ist in der Mitte. Den können wir nicht holen. Ich glaube, er ist in 15 Sekunden Ulti. Ich kann einen Ulten, dass der Dreckige Stunt ist, Mann. Warte. Ah, die wissen, dass wir hier sind. Okay, da kommt ein TP. Ja, kommt ihr, Mann. Und dreimal darfst du raten, wer? Ja, nicht schön, Mann. Ah, die Ulti. Der ist halt Ulti für Kinder. Ey, die Ulti ist ja versehen, Mann. Alter, werden das alle gesehen, Mann. Ich kann nichts machen. Ich habe kein Ulti. Alter. Alter. Da ist bestimmt... Oh, ja. Face. Fuck. Ähm. Alter, weiße, wir sind alle fast full live, die alle tot. Dann kommt so eine schwule Ulti. Leicht einfach alles aus. Ja. Hallo. Hallo. Ich bin einfach, wenn die Ultis so sind. Das Ding war meine Ulti war noch richtig. Pass auf. Mal gut, mal. Komm. Wären meine Ulti in diesem Fight ready gewesen. Fuck den Shit. Ey. Wer Fabian. Ah, fickt euch. Das gibt es. Bitte. Leute, wer Fabian. Fabian Briggs, gesagt, da. Ja. Ja. Warum tockt ihr mit jemanden, der nicht tatscht? Der hat tatscht kaputt. Und wir wollen 5er Bonus haben. Und der spielt gut. Und der spielt gut. Was denn holen? Der spielt ein Main. Der spielt ein Main. Lainer Main. Wandel auf dem Pass des Jägers. Kommt erst wieder runter. Irgendeiner muss hinter den Arsch retten. Was? Ha. Bitch. Haben wir wieder zurückgeschlagen. Aber der Mithauer muss bei den Fallen rein. Ja. Der hat nicht mehr viel. Und der top mal. Die Kackkin wird was so behind. Und jetzt ist die wieder gegen ihn. Oh man. Es gibt Jäger und Gejagte. Komm mal. Mit Vasallen, Junge. Ja. Mit Vasallen, Junge. Ich push mal inzwischen doppeln. Ich hab uns. Ich kann halt so abhauen. Cleared gegebenenfalls, dass Cairns nicht das Kinrafters macht. Alter. Ich bin da fast tot. Lauf. Fast tot Kai. Ich wiederhole mich tot. Ich wiederhole mich tot. Sind Red ist hier. Alle sind hier. Schaut hier dein Zeug. Okay. Ich hatte Ult Ready. Ich hab auch alle. Ich jetzt auch, man. Bam. Stop. Good Job. Oh. Sincht buscht doppeln. Der buscht so fucking schnell. Ah. Lass ihn mal holen. Oh ja. Der war ja mega schnell down. Ah man. Der geht auch relativ. Okay. Nee, doch geht schon. Danke. Ey, wer ist mit Haus am Markt? Bender und Jason spielen doch mit denen. So. Ja. Okay. Radbust kommt. Der war doch irgendwo ein Wort. Gemütlichkeit führt zu Schwäche. Hopp. 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 Jorge Lass uns auf. Hopp. Hopp. Giord nois Die wollen ein Bot-Land buschen. Oh, Drake, 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 Drake. Okay, wir tun so einen Kack. Naja, Bot. Ich bin da. Hier sind die anderen. Ja, wo seid ihr denn alle? Oh, hier ist ja alle. Ey, schloss du, diese Oltie hilft mir. Was soll ich denn machen, wenn ich da nicht sterbe? Verlust dich immer. Oh, Krankenwagen bei mir. Lauf! Mach ich! Ich kann nicht schneller laufen. Lauf, die zerstört dich! Du bist down. Alter, Markus, die war voll mit dir. Scheiße. Ich glaub, der hat mich gesehen. Sieht wieder schlecht aus. Ich könnte heulen, Mann. Weine. Ah, ich bin's back. Die Bullshit ist auch hier ansonsten. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. Genau, auch Rihanna. Die... Die regen mich auf. Die pushen mit. Die pushen alles. Mega, Alter. Die regen mich unnormal auf, Mann. Die kommen mit durch. Ja, alle. Alter, treffe ich nicht, Alter. Bin ich in Bob. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Markus, dass du in Bob bist, wissen wir doch schon alles. Alter, ich brauche hier oben Hilfe, Mann. Ich mach jetzt einfach Backport, Jungs. Wir müssen langsam kommen. Ich bin ADC, was soll ich da noch gegen ausmachen? Ich könnte mal noch mehr. Ja. Oh, hier kommen alle anderen. Geh weg hier. Das sind alle. Ja. Ja, verpuss dich mal, Schwulenverlein. Ich fieber mit euch. Mann, Mann. Bist du denn auf unserer Seite? Ja, ich bin auf deiner Seite. Pass auf, Robby, der will dich. Ja, der wirft mich mit Ulti. Pass auf, der will dich. Okay, ich push noch Bottleners. Ähm. Ich hab gerade ja keine Ultimator. Aha, ich bin gestunnt. Oh, diese Fotzen. Es können doch jetzt nicht alle wegkommen. Hinter uns, hinter uns. Zusammenbleiben. Hinter uns. Leute, ihr müsst zusammenbleiben. Alter, die ficken alle. Oh. Ah, fuck. So wie so Meuschelmörder, schlitzt ihr alle auf. Braucht ihr noch lange? Geht nichts raus. Aber wir das verloren haben, das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich sag schon. LAUF! Ja! Ja! Nein! Nein! Warum läuft der denn nicht schneller? Der hat genau das Dauer mehr. Die Kater nervt voll. Hahaha. Die Kater ist echt nervig. Guck mal, Mann. Die Burschen bei der Türme weg. Oh, diese Nazis. Die springen von Turm zu Turm auf uns alle. Dung, 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 Dung. Heute war ich Kartenpuppen. Bei Neues ist alles frei. Oh, wer? Kater? Was? Neues ist fast, ich fühlst noch voll viele Plätze frei. Hilfe! Alter. Die Kater macht alles alleine. Alter, ich hab's nicht mehr zurückgekippt. Easy. Good job. GG, Leute. Das war abgefuckt. GG. Komm, Master Garen. Ich hab den Luchs hingelassen. Ey, ich hab... Schleien gefunden. Ich wurde instant exhausted. Ah, instant. Mögen dichs nicht. Pfff. Was machen die, Mann? Haben die Bällen? Glaub' dich. Ob ich nicht mal hier raus zu laufen? Ich hab' wenig zu offensiv gebaut. Mach' ich da, Alter. Mach' ich da, Alter. Mach' ich da, Alter. Was? Mach' ich da, Alter. Mach' ich da, Alter. Mach' ich da, Alter. ha ha der zildo gesagt ok er ist will man tatsächlich damage ich hab den voll gefiedet genutzt also wir brauchen jetzt n tuldigen man nimm einfach Fabian der den gefiedet hat man er ist aber der besteste von uns der Fabian aber dann streitet ihr euch nicht dann sagt er im Falle er ist schuld er ist hier nicht also hehehe stimmt jetzt gehen wir kurz ein Ding uns mal ins Funfire so ich hab gedrückt ok ich denk Kinsitz geht Richtung Baron dabei den Zwergmeister grad zuschauen geklickt hättest du nicht müssen übermorgen hättest du meinen Youtube Kanal schauen können ich hab ja keine Zeit oh top 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 sind hier in meiner Bude ja Bram sie hart meine Ulti alter hinter uns ja man da kommen jetzt zwei stück runter hinter uns wieder bankt die ab wir könnten nur fernieren wir haben Goku sammelt euch alle mal irgendwo von hinten robbing die weg so Robin wie geht er weg oh eine Katharina oh die Jungle war weg ja ich wollte ihn über wir waren da was macht ihr für ein Schaden hier unten pass auf und weg einfach mal derbe rein Junge muss raus nach den Tower eins gegen eins oh jawohl jetzt würde der und Rengar im eins gegen eins schaffen what the fuck anscheinend hat er dazu geglaubt ich würd das glauben man da hätte er perfekt mit seiner E dodgen müssen und da ist nicht mal sicher dass du mich schaffst er hatte von Weiten den ersten bisschen runterpauken und dann vielleicht ja genau aber im Nackern bestimmt nicht und wenn ich unsichtbar bin da hat dann bestimmt das seine Probleme mit Böken naja kommt die Elf Morkus ah jetzt pushen die Botlane die machen auch bestimmt Dragon ich gehe mal an Bauer aufsetzen woher ist denn alle Bot so den alle Bot jatter kommt jatter kommt jatter kommt willkommen jatter da ist in meinem Ulti wieder frei ooooh einen habe ich hast du den, ne? na huan, pass auf und läuft auf Finn schon, ja das, also Fabian ASTEN LOSEN! Halt auf! Lauf, Garen! Lauf, Master Garen! Ey, mein Gott! Totreißen! Oh fuck, Fetch, geklickt! Lauf, 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 lauf! Ich sterb hier nicht! Das Game ist noch nicht over! Nein, Mann, wenn wir einmal zurückkommen, haben wir das, Mann! Sei weiter weg! Junge, hab auf mit, wenn du hier redest, Mann! Endlich, mal Hilfe! Master Garen greift an! Das schaffe ich nicht! Das ist mein Problem schon! Gut, Mann! Okay, das sind mir zu viele! Ich brauche nur 50, Alter, lauf! Ja, das ist ein großes Wort! Um... Hat jemand von euch Book mit mir fürs nächste Spiel Garen zu kaufen? Äh, nicht Garen... Äh... Ivern? Womit? Meinst du ein Dingstar? Ja. Als Geschenk geben? Ja, nächste Woche bekommst du den zurück. Ich hab ja gar keine Dingstar. Ja, ich eben auch nicht. Ich auch nicht. Oh man. Ich will unbedingt Ivern spielen. Irgendwann mal. Nur der ist so kacke teuer. Wobei, wieviel Bonus kriegt man? Wir kriegen so 500, 600 Punkte. Pro Spiel? Ja, pro Sieg. Hier, paar Spiele und du hast... Ich hab gestern eine Bonus gehört. Wir haben ja nur heute, glaube ich, einen Bonus. Oh fuck, dann müssen wir ja heute voll reinzocken. Warum habt ihr nichts gesagt? Warum war ich bei meiner Freundin? Keine Ahnung. Alter, seid ihr Larry. Du musst mal ausrechnen, du schlugst 10 Spiele aus. Du meinst, wie viele Punkte du hast? Alter Stefan, ich hab gestern eine Bonus-Seite gemacht, Mann. Nur 10 Spiele, Schaffi. Ja, als Beispiel. Ja, ich meine als Beispiel. Das ist schon mega OP. Ich hab Ult. Wollen wir rein oder so? Da müssen wir den Cutter sehen, weil ich muss die direkt weghauen. Wenn die weg ist, easy. Die hat nicht mal Stunden gelacht, ist noch besser. Da ist sie. Ich hab grad gesehen, wie Zwerg gestorben ist. Oh. Trauriger Moment dort. Ja. Der Kindred hat dich gekillt. Ah ja, das stimmt. Alter, wie weit kann der Superwasser schießen? Ich hol. Ja, das stimmt. Ich hol. Ich hab grad da, wo die euer Bot Tower aufgenommen. Ich hab da, wo die euer Bot Tower aufgenommen und nehmen. Ey, was will man denn da nicht machen? Wuhu! Pushed! Oh, wer ist mein Panther? Ich hab nicht die Leiter geklaut, tut mir leid. Jemand muss deathen, der Rest pushed. Garen kann tanken, oder? Doch, da ist nicht viel Leben. Ich weiß, den auch noch. Oh, frag ich denke. Zu gut. Not good. Wer läuft die ganze Zeit voll die Kreise? Wer, ich beobachte die ganze Zeit, du machst ganze Kreise. Die Kreise. Es läuft immer so im Kreis. Kann sein, ich klicke hier auch ziemlich viel. Hopf fällt auch. Mach den Red. Mach du. Hauptsache, wie die ja sagen, das blaue Team hat Baron Nasha gekillt. So. Ich, unseren Red holen. Ich hab noch nie Rengar gespielt. Best Champion, den es gibt. Alter, ein fetten Kaputt kommt direkt der nächste. Das blaue Team hat den Rassen getretet. Das kack, blabber Team. Ah, nimm einer, die fetten Bastards, die sind mir zu stark. So nur, Junge. Ach, kack. Juhu, das ist gut. Äh, Kata? Kindred. Okay, Kindred ist auch doof. Ja, der schon mal ein bisschen rein. Wir müssen rein, bevor die Inhibs wieder alle down sind. Alle hoch. Ich hab noch nicht mal einen Drachen bekommen. Wo ist Kata? Unten. Droh. Bekommen. Wenn ja. Aha. Kommt ja voller Schaden. Oh fuck. Alles wird mega gepusht, man. Ich hab alles verhauen. Pass auf, Kata kommt. Ja, Kata kommt. Warte auf, die springt ja sonst rein. Alter, von allen Seiten kommen die schwulen Vasallen. Ja, jetzt müssen wir dürfen, bis die Suppen Minions wechseln. Außer, die wollen fighten kommen. Toll, Ben hat drei Seiten zu verteidigen. Warte, ich muss schon wieder so dringend pissen. Oh, der Schlimmer, immer wenn er so spielt, muss er so pissen. Ja, immer. Aber ich hab auch viel Cola getrunken. Das ist keine Produktplatzierung. Hier ist Kata, kommt mal schnell. Jo, bin auf dem Deck. Gerade da, wo ihr alle gepickt habt. Ich abgehauen. Es gibt Jäger und Jäger. Jetzt feiert ihr da. Nice. A von hinten. Nice, Robin. Läuft bei dir wieder. Good job. Stopp. Ich kann mir dürfen helfen. Du kleiner Bastard. Pick den. Pusht. Ihr Pusht, wir dürfen. Ne Luxor schafft das nicht, glaube ich. Alter, kommt ja voll Jarmäe. Ja, Mann. Ich mach mich inzwischen auf dem Weg zum Melder. Leider hab ich keinen Smite. Aber dem kann aber was sein, kann ich's machen. Ne, bringt nicht, wir machen zu wenig Schaden. Hier, Elter, Elter, kommt. No Smite. Was? Die haben er's für. Da kommt ein Sairab, der Eilung. Weg hier, weg hier. Good job. Good job, guys. Jetzt schnell wieder der Tee. Mitte, 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 Mitte. Ey, unsere Tower. Raus da. Ich komm doch, du Wasser. Die Tor halten fast nicht raus. Die Tor halten fast nicht raus. Die halten nicht raus. Ich denk die Dinger. Ruhig dich, Robben. Alter, es hat fast 4000 Gold. Gar nicht verkaufen. Das witzige ist, die KillRed war sich schon super siegesicher. Die hat vorhin schon GG geschrieben. Oh, nee. Na. Das heißt. Elter hat das wieder hart. Ja. Wir dürfen nur am Power chillen. Ja, Mann. Hm. Was habt ihr wieder gemacht? Die haben eine Escher. Letzt mal Wort, Mann. Ich muss mir noch was folgen. Ah, fuck, die Vasallen. Komm. Aber jetzt, wo ich guck, ah. Wir müssen Engagechen. Wir müssen Engagechen. Wir müssen Engagechen. Alter, sterbe. Wir müssen Engagechen. Alter, die Vasallen. Go. Die scheiß Ulti. Alter, sehe gar nichts da, Mann. Wie viele Vasallen haben die? Eine Milliarde. Alter, die Vasallen. Ich guck mal, wie viele, Alter. Die sind alle voll weg. Junge. Was ist da passiert mit Vasallen? Alter. Alter. Fuck. Ja, da kommen auch pro Raves zwei Super-Wasallen, Jungs. Alter, das waren 20 Stück, oder so? Alter, was war das? Ich konnte die Vasallen nicht mehr weghalten. Wir haben die Vasallen weggehauen, Mann. Wir sehen uns im nächsten Gameplay. Macht's gut, bis Stanford. Ciao.